Halli, Hallöchen, willkommen zurück bei 7 Days to Die mit der Feier, ja, 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 hallo, ja, hallo, so, es ist Tag 28, wir haben 14 Uhr, noch was, das heißt, das ist nicht mehr Zeit, genau, das ist nicht mehr, was ich machen wollte, das ist super geil, oh, ich erschreck mich immer von der Metalltür, ne? Das heißt, ich sollte mir vielleicht schon mal gleich was zu essen holen, auf jeden, muss ich auch noch was drüben, also ich war noch nicht essen, Getränke habe ich dabei, Essen habe ich nicht, ja, da schaue ich raus, ich gehe mal gucken, ob ich noch irgendwas finde, Aber ich werde jetzt nicht mehr ganz so weit latschen Ah, wir haben eine Zombie gerade hier draußen ich komm ich komm hey wo die bot einer geht wandern der laufen auch noch leute da haben wir holen uns die eps ich bin kurz vom leveln das ist unter dem 2 5 der heim und ausdauer schon wieder im keller so nicht sehr gut musik hat direkt aufgehört das heißt wir haben sie weg auf jeden fall ich hab sie so gerade gesehen stacheln muss ich noch schnell herstellen holzstachel fallen da muss ich noch ein paar auf jeden fall ganz schnell herstellen das war lustig wir müssen auf jeden fall den klotz hier noch weg klauen und wir müssen davor oder noch auf jeden fall ich mache es noch ein bisschen noch habe ich zeit es ist auf jeden fall witzig hier war auch wasser hier war auch wasser ich mache direkt vor der wand jetzt auch mal also vor unserer mauer mache ich jetzt auch jeweils eine reihe da kommen die nicht so schnell vielleicht vielleicht erst mal hier ein bisschen zombie klatschen so komm ich denn da jetzt nicht her weil die gitarren die radios voll ätzend geh doch da hin ich muss noch ein bisschen holz holen jetzt gerade da ist ein zombie ich habe zwei kartoffeln mit warmem gefunden so irgendwie stand aber unsere aber kartoffelsamen sind gut ja auf jeden fall da muss ich auch noch mal viel besser hochskillen ich höre einen zombie aber ich sehe ihn nicht ach schreck mich nicht ja ich? ne der zombie achso der kommt von hinten der grosch ja ah das ist so 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 Und jetzt auch mal langsam wieder zurück. Ja, besser ist das. Ich bin nur direkt neue Bäume am anpflanzen, die anderen schon wieder am wegreißen. Bei Eier. So ein paar Eier. Ich wache ein bisschen hin und guck so querfelt ein, aber... Mhm. So weit weg. Nö, ich war das Gebäude, was leuchtet. Ach so. Dann kommst du von dem Gebäude und dann kommst du da weg und kommst du oben drauf. Schon mega. Weil da oben ist ja, da wo es leuchtet, das sieht so nach Büro rum oder sowas aus. Ach so, okay. Da muss man in den Trakt aber irgendwo rein und das müssten wir mal durchgucken zu zweit. Na, ist ja voll weg. Auf jeden Fall. Kommst du besser zu zweit durch. Ich habe schon wieder irgendwelche Musik. Ich höre aber kein Zombie. Na gut, dann ist das vielleicht normale Musik. Ja, ich komme jetzt mal zurück, aber ich bin eh überladen. Wie immer. Weil ich hatte doch Samen, was ich da gefunden habe. Ich glaube, hatte ich nicht noch Stacheln für dich. Das war sie nicht. Ja, 13 Stück. Holz oder Eisen? Nein, Eisen. Oh, gut. Wie schön. Ich habe Eisenstacheln gemacht. Clevere Paar. Hier hinten. Hier hinten. Dann komme ich zu dir. Ich nehme schnell ein bisschen fauler Müll. Ah, da ist ein Bretter drin, das ist gut. Oh, es fängt schon an zu blitzen. Ja, wir haben aber erst 18 Uhr 3, also alles easy. Easy going. Ja, da bin ich schon. Hört. 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 Das muss ich voll viel machen können. Das stimmt. Was denn? Da bist irgendwo. Da muss ich irgendwo. Da muss ich irgendwo. Da muss ich irgendwo fallen. Oh, nein. Das ist nichts oder sich, also noch easy going. was sind die zombies ja das und die klinische schön live ich habe jetzt ein paar eps gerade mache dies hier ist eisen übrigens noch oder sowas wo ich stehe gerade jetzt muss ich das mal gucken ach da müsste eisen sein könnte auch einfach wohl leben sein bis man glaube ich leben ok sage aber ich schenke dir was da marina bitte sie wäre jetzt gehe ich noch mal zu dem blei ich hasse gewitter ich das jetzt auf die stelle wieder finde so noch mal ein kicken du hattest mir gegeben sind die denn schon wieder siehst du so schlecht aber ich hab dir 13 stück auf jeden fall gegeben ja ich hab's aber nicht ich hab's ja auch jetzt an oder ich hab's gesehen die siehst du echt mega schlecht da ist doch mach ich die von hier dran auf der seite ok ich bin traurig sehr viel jetzt wird es langsam naja, jetzt wird es so langsam gedönkel und ungemütlich ich hab ein level up oh Gott sehr gut jetzt komm ich zurück weil ich muss mich jetzt mal leer machen ich bin jetzt echt überladen um sieben schon und ich hab nur das Gefühl Zombies verfolgen mich, ne? ja, irgendwie das Gefühl ist so dauerhaft, ne? ja, egal wo du hinguckst ey, du kriegst voll deine Waffe vorsichtig nicht in Stacheln, ich hab überall Stacheln ich hab mich schon gesehen gut den einen Dings müssen wir auch nachher noch weg holen den Block genau, sonst haben wir da auch nicht viel von ne, ich bin mal gespannt das wird echt lustig ach so, da warst du da wie lange wir überleben ja, da bin ich diesmal auch sehr gespannt ja, da bin ich diesmal auch sehr gespannt also, ich rechne mit nicht so lange ne aber man weiß ja nie, ne? ne, vielleicht hab ich noch nicht danke für die Hübsche entschuldigung ich bin jetzt taub tut mir leid aber, ich kann nix dafür ich bin echt mega stolz echt gedamaged ob man's glaubt oder nicht ich glaub's hier nicht das ist mir egal das ist mir egal, ob du mir glaubst ich weiß da noch zu ist dann reicht mehr ne ne also, liebe Leute geht nicht draußen das ist unbedingt irgendwo arbeiten boah, bei dem Wetter holt ihr euch sofort was weg ja, wo viel wohl als Schlagstock tue ich erstmal hier hin den brauch ich nicht warte mal kann ich um den Schlagstock nicht bei der mitmachen müsste doch das ist doch ein Schlaggegenstand was denn? die Modifikation Stacheldraht bei mir ging die rum Schlagstock nicht Holzknüppel achso ich weiß jetzt nicht muss mal lesen was da steht genau ich weiß jetzt nicht da da musst du doch mal lesen was da genau steht da 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 Er hat wenig Angriff, müsste hier mal wegpacken, der Elektro-Stock gab. Äh, was? Oh nein, hab ich nicht mehr mit Holzsätze, oder was? Okay, wofür? Ja, ich mach gerade noch ein paar Holzdinger. Ja, du solltest aber langsam zurückkommen. Na, 22 Uhr geht's los, oder? Ja. Och, ich bin schon wieder hungrig, das gibt's doch nicht. Ich bin mehr hungrig als sonst. Bevor kritisch wird. Habe ich jetzt echt gerade mal ne... Kannst du mir Wasser gleich drüben holen gehen nochmal? Also, äh... Ja, brauchst du ein Haus. Aber brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Boah, ich... Nimm auch genug zu essen für dich auch mit. Soll nicht heißen. Du vergisst es immer, das ist das geilste bei dir. Das ist so mega. Also, ich hab noch nie einen Menschen gesehen. Ich nehm dir auch Kaffee immer mit, ne? Einen Kaffee hab ich noch, aber ja, mach das mal. Ich hab auch zehn Stück. Zehn Wasser nochmal. Zehn Wasser. Ich hau mich einfach voll. Auch mit Essen, damit, äh... Weil ich nicht überladen bin. Ein Messer kann ich aber ablegen. Das brauch ich nicht. Das macht nicht viel Sinn. Steine. 150 Muni hab ich hier auch noch für dich. Die nehm ich dir jetzt auch mal mit. Weil sonst, äh... Vergiss das wieder. Meine Fackel lass ich auch hier. Auch unsinnig. Brauch ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Rohre brauche ich. Knochen brauche ich dann gerade auch nicht. Ich komm auch jetzt so rüber. Weil, äh... Sinn. So, ich baue uns ein bisschen jetzt zu, ne? Am besten. Jaja, mach, mach. Ja, alles gut. Mach... Also, das war jetzt nicht böse gemeint. Sondern... So nach dem Motto... Hup, mach. Äh... Bin jetzt nicht überladen. Gut. Hab aber genug zum Bretten rein. Ich überlege gerade, soll ich den letzten ja auch noch wegklauen? Den einen, äh... Holz... Dingens? Welchen? Den einen. Aber dann kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir da runterfallen, ne? Ja. Ist doof dann, ne? Ja, wir müssen versuchen, nicht runterzufallen. Mhm. So, zehn Minuten noch. Ja, ich bin gerade, äh... Ein bisschen noch hier am... Ja, mach nicht zu viel, weil... Ne, ich komm jetzt. Jetzt schon... Richtig komisch, dieser grüne Nebel, der auf dem Boden schwabert. Mhm. Und rot. Ich esse ganz schnell noch mal ein Watt. Ah, ich auch. Ich trinke eben noch mal Yucca-Saft. Ich trinke jetzt ganz noch mal was. Okay, jetzt geht's los. Ich komm. Ich seh... Ah, da kommt der Erste. Ich hör sie schon. Kommen sie nur von... von der Seite? Ja. Ich seh jetzt gerade... von da. Sollten vielleicht nicht ganz so viel schießen. Warte mal. Ich mach mal eben noch was... Ich mach mal irgendwas, äh, nach nebenan zu erstmal. Ich mach mal. Aber das machen wir jetzt über Holz. Ja, mach mal. Ja, aber sonst kommen die rein. Oh, die kommen schon über die Mauer. Und hängen schon an die Schlatter der Seiten. Mh. 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 Echt? Ja, ja, die springen da drüber. Ich mach. Und hier, weißt du... Warte mal bei dem einen Film. Äh. Deswegen wollte ich noch einen höher machen. Aber selbst da... Und... Die... Und... Und... du solltest jetzt nach möglichkeit nicht übrigens runterfallen weil wenn sie jetzt scheune sind müssen die erst mal auch durch stacheln und stacheln zwar nur aber das macht die versuchen wieder ins haus zu kommen ja ist sehr viel gerade weil wir haben ja schon wo denn der mauer unserer mauer ja ja hier vorne nein nicht runterfallen nicht runterfallen ich bin bei dir ich darf es nicht so hier über das Bruder so gefährlich dann kann ich dir nicht helfen nene bloß nicht ich selbst so ein bisschen wenn ein paar nicht kommen macht ja nix Ah ja, hier, haben die kaputt gemacht. Oh, zack. Dann bin ich hier hinten lieber safe. Das ist so mega. Die Wache ist gut. Ach genau, ich safe hier so ein bisschen. Okay, die sind drin noch. Die sind schon drin noch. Die sind in, äh, ich hab, die sind schon in, äh, wie heißen das? Oh, gut, ich guck hier so ein bisschen mit. Ja, ja. Ja, obwohl, eigentlich wäre besser, wenn hier auch noch ein bisschen. Ich müsste wieder nachkommen. Also die sind, äh, in der Scheune. Na, quack. Da sind gerade nicht so viele nachkommen, guck ich so ein bisschen. Also die sind in der Scheune, die wir fällen. Ja, ich safe hier ein bisschen, dass hier nicht so viele nachkommen. Okay, da versucht ja auch schon einer rauszukommen durchs Dach schon wieder. Die machen sich schon wieder gerade Löcher. Ich weiß nicht, von wo die jetzt noch kommen. Na, die sammeln sich gerade alle hier drinnen. Also hier kommen nicht alle von hier. Ich weiß nur, wo du da komm, ich geh mal gucken. Also hier kommen ein paar, aber nicht so viele im Moment. Und die lebt automatisch nach, ne? Wenn du leer bist. Ah, okay. Ah ja, merke ich gerade. Mega. Von vorne kommen wieder welche? Ja, ich komm, ich guck. Ja, ich sag ja nur. Ja, wir sind jetzt gerade, also die sind schon drinnen da. Die sind dann drinnen, ja, ja. Hab ich ja gesagt. Ich setze immer zwischendurch, äh, die Fallen nach. Ja, ich hab gut E-P gemacht, muss ich ganz halt sagen. Ja, okay. Ich bin jetzt. Runde hör ich auf auf jeden Fall. Ich seh jetzt wohl keinen. Ich seh jetzt nie, wo die Rauskirchen kommt. Von hinten kommen auch ein paar. Oder versuchten auch ein paar reinzukommen. Vorsichtig nicht, dass die vom Dachlut stehen. Ich seh jetzt keinen. Nee. Ich versuche jetzt auch nicht runter zu fallen. Nein, ich bin runter gefallen! Keiße! Oh, fuck it! Das ist einfach meine eigene Chance. Äh, schuld. Hi! Die wollen nicht ran, aber die gehen jetzt hier erstmal durch die ganzen... Ich komme nicht auch von hinten, welcher. Ja, jetzt kommen die von unten und so weiter. Aber die laufen jetzt erstmal durch die ganzen Holzstacheln. Oh, ich sollte vielleicht mal irgendwas essen, aber ich hochheile, ne? Ja... Versuchen mich nachher hochzubauen, mal, ich hab noch fünf so... Ja, ich seh noch nicht, von wo die reiten wollen, oder ob die jetzt gerade... Ich kann jetzt auch nicht gerade viel gucken, weil das tut mir sonst wie so weh. Ich komm jetzt nämlich alle von hinten. Level up! Geil! Soll ich hochkommen? Je ne Schaas? Ich seh nicht von wo die... Weil sie sind auch nicht auf dem Dach, oder? Ne. Ne, ne, die sind in... Ich komm nur nicht teilweise von unten. Nein, das hab ich aber... Nöööö. Harcuna. Hm? Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist, weil ich da gebaut hab. Aber ich bin jetzt gerade eigentlich relativ in der Lage. Ich komm jetzt von allen Seiten. Wir müssen nicht mehr lange durchhalten. Schlag. 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 Was ist denn da? Oho. Da rennt auch noch einer rum. Da kommt, sag ich die Nummer. Ich versuche hier echt so ein bisschen... Wir sind bei 30 Minuten. Wir machen mal ein bisschen Überlänge. Ja, geht jetzt sicher, dass wir können nicht stoppen. Während des Blutmonsters wäre ja fatal. Sei nur vorsichtig, bitte. Na ja. Ich seh schon. Na komm her. Hallo, hallo. Kommt da von oben an oder was? Aber... da oben drin ist schon einer. Der ist da ja gegen. Da sind ganze Zeit welche drin schon. Auch Runde. Die versuchen das Dach abzureißen. Wir machen das Dach abzureißen. Also die Halter, die Stützen. Deswegen hatte ich ja gesagt, eigentlich geht es nicht. Ich glaube aber, das ist ja nicht egal. Präzise schießen kannst du hier nicht. Äh. Haben die bestimmt unsere... Ne, die haben... Ne, Eisen glaube ich nicht. Ja, die Eisenkapitel zu schlagen haben. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Hast du Sven? Was heißt, da sind wahrscheinlich einige... Ja, ja. Wieso rennen die denn nach vorne? Was wollen die denn da vorne? Da ist auch noch einer. Ja, Entschuldigung, bist du gestorben. Eigentlich müssten wir noch so ein Rondell ums Dach machen, ne? Das wäre gerade mal so aufgefallen. Ja, irgendwie noch eins, ne? Aber so ein breites, dass du... Ne, so dass du um das Dach rumlaufen kannst eigentlich. Deshalb, falls du auch mal runter... Damit du auch nicht unbedingt super runterfällst, sondern einfach auf dieses Podest stehen bleibst. Ja, wir haben nur noch zwei Stunden. Wenn wir das schaffen, dann sind wir echt gut. Wenn wir das schaffen, dann sind wir echt gut. Zack. Nächster Tod. Ach, da komm ich schon wieder. Wo denn? Von wo? Ich komm aber schon. Da nicht so viel mehr durchkommen. Wann denn hin? Da hab ich gerade gesehen und da sind noch mal, ne? Oh, die schnell. Weil die Ferne brauchst auch fast gar nicht schießen. Deswegen, ich schieß einfach. Wenn die hier direkt in der Nähe sind, oder? Ich fang die hier direkt... Wo die rein wollen, oder? Dann schau mal, auf! Wurde ich muss nachladen. Weiß du? Du bist dann drin, oder? Weiße, so 23 triffst du die ganze Zeit. wir müssen aufpassen hat die nicht unser dach kaputt machen ja ich versuche hier immer zu gucken aber ich seh da nichts ich hab Angst runterzufallen ja alles gut alles gut ich bin ja hier manche versuchen zum haus das auch lustig ich repariere hier gerade ein paar Dachsteile und ändert die auch immer zu steilen ah scheiße hier habe ich jetzt nicht erwischt was rennen die denn alle nach vorne aber die sind da nix das ist mein Hauptproblem gerade die versuchen natürlich irgendwo durchzukommen und wir suchen den einfachsten Weg ein bisschen nach vorne kann ich mich nicht bauen oder nicht mehr noch mehr haben ich habe mal Knurr hier auf jeden Fall oh da ist ein fetter Polizist der versuche ich gerade oder kann das sein dass er schießt wo ist der vorne oder was der ist weg ich habe ihn weggemacht ja der hat versucht mich zu treffen ist das nervig ah Mist da komme ich jetzt gerade nicht ohne wahrscheinlich zu sterben das ist okay die haben vorne hin ziemlich groß loch gemacht warum auch immer das ist irgendwie durchzukommen wahrscheinlich weil ich mir da schieße aber ich traue mich da jetzt nicht versuchen rüber zu springen okay mach klasse das ist nix oh die kommen jetzt hm was denn die kommen ja immer näher hier naja klar wir haben nicht mehr lang halbe Stunde noch ja ich setze gerade noch ein paar Holz Spikes Hund gekillt ach scheiße ich muss meine Waffe reparieren alles gut Hund ist gekillt Hund ist gekillt komm mal schneller also die Pistole ist echt gut wir machen nur noch Pistole vielleicht sollten wir jede Muni sonst zerlegen weil die Pistole macht echt mega die hast du weg nicht hier wo ich stehe direkt fast unter dir da versuchen die vorne raus zu kommen aber ich kann nicht weiter rüber bauen ne aber ist doch nicht schlimm wahrscheinlich tippe echt fast dass die jetzt das Dach versuchen einstürzen zu lassen ne intelligent sind die nicht aber ich stehe doch hier ich glaube diesmal sind die auch nicht ins Haus gelangt ne ne glaub nicht sehr gut Faye ich bin einfach nur am schießen es ist vorbei oh jetzt geht's ich bin einfach noch ein paar ich bin einfach nie ich sehe es auch dann war das hier ist auch noch einer drin ja bist du drin ich bin ja 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 ich bin nicht in die Stachel ich bin weggemacht da unten sind wir noch hat holt ihr direkt das Geld die stacheln weg da kommt jetzt gleich ein hund hast du gesehen wo die ja hier wir müssen auf jeden fall diese dinge reparieren also wir haben auf jeden fall viel fleisch ich glaube unsere tür ist im arsch was ist kaputt ach so unsere tür meine schöne tür naja gut die hat aber einiges ausgehalten muss man sagen weil ich bin die muni die wir nicht brauchen vielleicht zerlegen du bist nass ich hab einen helmen gefunden sehr gut ach so warte ach so hier können wir auch so lächer rüber ja sehr gut diesmal haben wir überlebt ich bin da voll runter guck mal wo ich gebaut habe siehst du das hier kann ich eben hin da kommst du da ja ja die sind oft und viel gestorben gut in den metall stacheln auch oder hat aber einer ganz gutes zerstörungs wut ding ja hier haben die alle weg gebaut aber nicht im metall oder doch einmal sogar metall aber es hat nicht gereicht ich mach mal eben also ich werde die ganzen munis zerlegen und wir werden jetzt special muni also hier für die waffe immer hier sind sie nicht reingekommen guck mal ja da habe ich auch auch manchmal weggeschossen so übrigens aber hier ist aber ah guck mal aber die stacheln haben ja ich habe Hunger guck mal hier die stacheln ja ich habe Arbeit gebracht die an der seite weil da habe ich jetzt aber hier ist noch ein du siehst die über siehst die ganzen packs nein da komme ich nicht dran gerade ich habe hier scheiße ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen schade hier in die in die richtung bin ich trotzdem gefallen gott sei denn in die richtung gefallen aber mega wir haben zwar gut und die waffe ist cool also ich stelle nachher auf jeden fall ganz viel der muni her die man in die richtung nimmt so meine ich das siehst du das hier was ich gebaut habe da da hinten ist noch naja siehst du das da ja so habe ich mir gedacht so eine umrandung da fällt man vielleicht auch ich bin den stacheln gefallen dann fällt man vielleicht auch nicht so schnell runter ruhig ab ich bin durchgekommen alles gut ich habe einen gipsverband zweimal gefunden wir haben es überlebt mehr brauchen wir eigentlich nicht ja aber ich habe hier noch was kann ich denn wegschmeißen das ist unsinnig ich bin doch bei dir ich stehe doch hinter dir geh doch weg ach so warte ja dann lass ich los dann kannst du dich mal rein boah die haben aber guck mal hier echt gut weg gemacht ja aber wir haben auch gut gedämmt und trotzdem gut geschossen also das ist jetzt nicht so oder dass wir hier wir haben echt mega äh mal eben ums haus rum war eine zweite mauer rum und was höher die haben die aber echt gut gewütet das haus sieht total sicher aus also ich sehe da nichts hier haben die hat weg gemacht am haus ja die stacheln nur also rein kamen die nämlich nicht weil ich habe immer eine reihe eisen stacheln haben natürlich auch ein bisschen gelitten aber naja ich guck mal eben was passiert wenn wir money zerlegen ob wir da das zeug kriegen was wir brauchen hülsen und so ach so aber das sehen wir erst in der nächsten folge wir haben nämlich schon 43 minuten aufgenommen sorry Leute bis hier länger tschau war mega tschü